ok ok ist das gut wenn ich glaube das gut was ich habe extra ich gehe auf die lissandra die haben wir können die sind gegenüber von busch gespott ok du musst hingehen ja auch seine range dann im wachler stimmt doch gleich dieses weg der pils am hau auf dem weg zu dir haben lissandra gefunden und sie ist rüber ich komme nicht hinterher ich bin zu fett jetzt weggegaußte von meiner mittleren q und die obere eingelaufen was machen die jungs da wir haben abgebrochen ich war ein bisschen zur frucht hier weil ich komme gleich nach dem ja bitte dann sofort du die bitte ok 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 was ist detonation ob mit dem such okay weil das ist cool das sieht gut aus glaube ich ich bin jetzt übrigens gegen die ne auch nö blatt ultim ok warte ich bekomme man sie sieht ok alles gut hat kocht irgendwas macht spaß die kategorie warte mal kann ich nicht hier leger im agent ryanais oder banshees das ist hier die frage ich muss mich ganz gut eingehen warte mal ich bin kurz tot ich kann mich nicht bewegen okay wei 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 ja lass mich lass mich ja wir nehmen dir einen power du hast gegessen ein bisschen okay okay das haben wir oh mein gott warte mal wir brauchen drei tag da uns das mein spatula progt wirklich so fett w oder wo ist denn ich sterbe gerade noch ein bisschen okay naja alles gut ich habe gerade blatt hat sich irgendwie verpüßt ist tot wo hat sie eigentlich 50 millionen bilder ist auf er war tot acht jenna den bach hat der dreck für gold jetzt bin ich dafür na doch mir fehlt noch ein takedown ok sie hat meinen sie meinen ding geflogen wo kam der damage her ich bin geplatzt ich bin auch geplatzt ich könnte mir jetzt ein legendary mage item kaufen oder ich warte einfach auf hourglass nächste runde er übernächste runde was sagst du flipp wie flippen ok warte mal das ist los geh mal von uns und drauf geh mal von uns und drauf oh mein gott gg gg ha 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 du spielst das so gut ne du spielst das so unglaublich gut hol mich jo schade oh bro soll eh gleich trotzung über eh gleich trotzung über es ist nur ein win es ist nur ein win es ist nur ein win aber wir dürfen chillen wir dürfen chillen ok wenn sie jetzt rüber geht dann seid ihr gefickt ha blatt hat nicht die laterne genommen blatt macht weitwurf digga was ist die lila so scheiße kein damage ich glaub da äh sag ich hab uns nur gekillt digga weil wir ineinander standen die lila ja for real ok 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 oh mein gott poppy du bist das gerade alter lex oh mein gott lex 1v9 oh mein gott lex 1v9 oh mein gott lex wir kill uns jetzt gegen die reise ich ne nein nein treff ist euch so was kochen wir ok hau du wie du bist just run into my guest was hittet noch ja scheinbar aua ok okay da ist aber ich verschwunden ok ich mach absolut kein damage ok du ich mach damage komm ok fang ok 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 danke alex doch irgendwie nicht dankeschön alex shalom hehehe neiiiin neiiiin wett ich hab geultet ich hab aber nicht gesehen wo ihr seid hehehe georgi dein healing du perfettes fettes stück aua ich bin fett dreckige dreckige bitte hitt die Pflanze ich hab seine ult gecancelt glaube ich was ist das hier ich neun schotze ja wach das wach das ja juke du schweihart helter juke holy ja ich hab's gesehen ich bin reingeultet in euch aber ich hab euch nicht gesehen hä wie sagt der juice of power ein anderes bild als wenn man ihn kauft Guckt mal bitte auf mich. Seht ihr dieses Juice of Power? Das sieht einfach aus wie so eine blaue Mana Potion. Und im Shop ist es so diese Wein-Eckflasche, Junge. Ja, ich weiß, was es ist. Ja, Traubensaft. Och, Digga, jetzt müssen wir gegen Morgana-Set. Okay. Ja, wie machen wir das? Gar nicht. Junge, haben wir nicht so viel Leben. Sonja, ist das so cringe. Warte. Nein! Nein! Hast du gerade ihn wirklich perfekt in dich reingelegt? Ja. Ja! Alles Gute, Leute. Dankeschön für die 2.100-Gefund-Devict, Alter. Geil. Das fängt schon mal gut an für das Video. Digga, das spielt geil, Alter. Ja, komm, ich hoffe einfach, dass ich gute Augments kriege auf dem hier. Den habe ich ja schon mal gespielt. Okay. Meinst du, wir gewinnen deine? Dann nehme ich jetzt, äh... Spatula. Wieso? Wieso hat der jetzt schon wieder einen Spatula, der Wichser? Warum bin ich dann wieder ein Spatula? Ich weiß nicht. Was ist denn das? Wir spielen auch gegen euch. Wir spielen auch gegen euch. Wir spielen auch gegen euch. Ja, wie viel Leben hast du? Wieso hast du... Du hast das dreifache ein Leben? Nein, äh, den celestialen... Body. Heute noch. Du sagst heute noch? Ich bin noch da. Ich werd grad gemobbt von dem Typen, Boy! Du kannst euch grad den deren! Was soll ich denn machen? Ja, Jungs, äh, ich mach 39 Damage mit meiner Q. Du, also... Egal, Level 6 sind wir richtig am griten, by the way, ne? Oh, läuft's! Nein! Nein! Töte! 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 Bro, hat so viel Glück! Bro, hat so viel Glück! Ey, danke für die drei Take-Downs, für das Spatula, ne? Ich bin einfach deine IDQ gesidestippt. Das kommt so ins Video, so ne Aufnahme. Was ist meine Q, oder was? Nicht von Summit. Sag, wenn wir reingehen. Okay, ich komm, ich komm, ich komm rüber. Ich weiß jetzt nicht, was ich dazu halt... Boah, ich hab sie so gefickt mit dem Stand, Junge! Tuti! Sehr schön. Hol die fucking Pflanze, Boy! Ja... Ah, hab die eh so daneben gewiffed. Ah, scheiß drauf. Ich hab die Hälfte für mich getroffen. Ich hab nur Kacke! Ich hab legit nur Kacke. Guck was, ich hab Daniel. Ich hab nur keinen Scheiß. Also vielleicht koch ich auch absolut mit dem, was ich außerdem gekriegt hab. Ja, ich hab rein, ich ulte daher, okay? Okay. Okay, warte mal. Hm, cool. Ich wurde one-shotet. Okay, ich wurde auch one-shotet. Okay, weg. Oder? Ne, na, Moment. Das ist nicht so fliebig, ich dachte. Ja, war wieder ult, Junge. Das ist crazy. On my way, on my way. Okay. Na, perfekt, der, ja. Der Udi hat mich halt gefickt, ne? Also... Sind Autodex only. Minions. Nein, Bro! Chill, lass uns kochen, okay? Lass uns kochen. Ich hab ihn doch gekillt! Hey, ich hab ihn doch gekillt! Hey, Takedown! Mein Item. Okay, okay. Aber mein Item ist doch gar nicht so kacke, wie ich dachte. Leute, ich hab 1400 Schaden damit gemacht. Ja, das Item ist mit Damage, genau. Okay, actually not, not so bad. Da drückst du auch mehr kein Damage. Ja, der Chaco macht mir da viel Damage. Äh, Bro! Ich will mich den rümlichsten. Okay, was ist ein Healing von ihm? Weg. Ich nehm ja oben. Okay, warte, ne Blur noch rein oben. Okay, ich hab den Fußbrot gepränkt. Schade, ich bin in der Chaco-Box gestorben. Von der Ult. Ah. Es ist halt, es ist halt so unlucky! Du stirbst halt die ganze Zeit. Kann ich bitte Out- Junge, das Ding macht, okay, das macht doch crazy Damage, mein Item. Ich muss nur einfach besser spielen. Ich mach einfach den hier und dann macht er gar kein Schild mehr. Oh, ich hatte gerade sein Ult gehör. Oh mein Gott. Blut, ich brauch dich hier, warte. Ich lass Pflanzen, ich nehm Pflanze, ich eitel Pflanze. Sag, wenn du ulten kannst. Äh, wenn ich ulten kann. Also, keine Ahnung, hier. Okay, nein, ich take it. Jetzt setzen wir das weg und ich kann nichts. Danke, du hast alle Stacks nur noch machst. Bist du mir leid, okay? Okay, ja, ich warte, ich warte hier, ich warte hier. Ja, I'll just play on time, no? Ich will meine Outsticks. Ich hab dafür gekocht, okay, ich hab gekocht. Blatt? Ich hab Spaten! Ich hab 360 Abo. Das macht kein Damage. Nee. Der Kayl heilt mich. Ja, das ist gut. Hey, du hast Kaysteel, Junge! Okay. Guck dir, hab ich wie viel Damage der mir macht. Warte, lass ihn mal einfach hier stehen. Guck dir das an. Dinger, what the fuck ist mit ihm? Deshalb hier noch. Wie geil. Okay, ich fühl, ich fühl Rune-Cover doch, ich hab 9000 Schaden gesamt. Wait! Cover-Bonus-Attack-Damage-To-Ability-Power-Gain-Ability-Power. 270 Ability-Power bekommen! Fuckin mit Spatula ist das ja so crazy. Junge, ich hab recht Glück mit den Augments. Okay. Rene, gönnt ihr uns nen Sieg? Nein. Warum? Weil wir dann... Also siehst du, wie viel Leben man da verliert? Ich spiel ruhig. 25. Ist geil, oder? Oh, ich bin klein. Like, can I move? Like, please, can I move? Relax, Junge, verpiss dich. Ich kann mich nicht verpissen, sonst ziehst du's nicht. B-Indie. Lass mal. Like, can I move? Ja, Jungs, also... Digga, diese Missiles, die da rumflattern. Ich hab 9000 Schaden in einer Runde gemacht. Mit den Missiles. Warum ist das, ich darf halt nicht queuen? Es lohnt sich ja einfach mehr zu autotacken. Okay, ich hab mit Demons, Kings, Loid, bitte lese mal die Stats. Okay, ich verstehe, ich verstehe. Die ist halt Damage, ne? Und das ist dann der Senna, ne? Die hält nichts aus, die, alter. Na, trip mich! Die Missiles, Junge. Schade. Oh mein Gott, Alter. Meine Missiles machen doch nichts mehr. Oh mein Gott. Okay. Dick. Dick. Das zählt mich hier die ganze Zeit. Ich bin gleich wieder da übrigens. No. Oh. Oh. Nooo. Oh. Achtung. Hallo. Unentschieden. Hallo. Junge, was ist. Was rum. Oh. Oh. Untertitelung des ZDF für funk, 2017